Ja, wir fanden sicher nicht das Favorit zu diesem Spiel, das ist klar. Dessen sind wir uns auch bewusst. Ich meine, wir haben unsere Außenseiter-Chancen. Möglicherweise ist es doch so, dass der HSV als Favorit in dieses Spiel geht, vielleicht mit dem Gedanken, dass es ein leichtes Spiel wird. Wie das Spiel dann ablaufen wird, wird auch ein Stück weg an uns liegen, wie wir uns dort verkaufen. Ich denke, wir werden unsere Kontermöglichkeiten bekommen. Es wird darauf ankommen, wie wir mit dieser geballten Wucht an Spielern zurechtkommen. Das ist eine sehr groß gewachsene Mannschaft, die sehr, sehr gut sein wird bei Standardsituationen. Es wird die Frage sein, wie wir mit unserem Spiel dort durchkommen, wie wir uns in Zweikämpfen behaupten können. Es wird ein interessantes Spiel. Wir sind auch keine Bundesliga-Mannschaft, weil wir in Mainz gewonnen haben. Aber wir nehmen das als Anlass, dass wir gesehen haben, dass wir gut genug für eine Überraschung sein könnten. Aber es wird natürlich verdammt schwer. Wir sind nicht abgehoben. Wir sind auch nicht verrückt, wenn wir von Europa träumen. Aber wenn man eine Runde weiterkommt, überwintert man einmal. Es sind eben noch zwei Spiele. Ich habe das auch gestern bewusst gesagt. Ich habe auch gewusst, welche Schlagzeilen daraus kommen. Aber wer mich kennt, weiß, dass einige wenige Spiele und die eine oder andere Überraschung, mal ein bisschen Losglück, das uns dort hinbringen kann. Man kann mir denken, dass ich ein wenig verrückt bin. Aber es wäre eben nicht der erste, zweite Gieß, der dann irgendwann einmal im Europapokal auftritt. Und das ist wirklich ein wenig verrückt. Ja! Ja! Ja!